Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA 16 im Karrieremodus mit Bielefeld und mir, dem Trainer M.G.M.S. mit. So, wir gucken mal in die Mannschaft als erstes und stellen für diese Saison erstmal ein. So wie wir mal denken, wie es sein könnte oder am besten sein könnte. So, Innenverteidiger haben wir momentan echt viele, weil ich gerade sehe. Okay, Bacic steht drin, Kessel, Renen, Meriless, Peres, Jungler. Also eigentlich passt es soweit. So, unser neuer Linksverteidiger, den probieren wir heute direkt mal aus. Soll ja mal. Und Meriless darf heute auch noch rein für lang und Peres bringe ich auch noch. Ich glaube, so ist eigentlich die beste Aufstellung, die wir, nee, warte, Bacic, Bacic muss auch noch. So, das ist die beste Aufstellung, die wir mir einfach mal ziehen können. Das speichert man natürlich ab. Das ist natürlich fest in unserem Griff. Heute das erste Bundesligaspiel der Saison. Und als erstes dürfen wir gegen RB Leipzig ran. Ja, die verfolgen uns so ein bisschen. So, und da sind wir auswärts. Heute aber nehme ich noch Gintner raus. Und bring Bröner. Bröner bringe ich heute. Einfach mal, weil ich es kann. So, und wir spielen auswärts gegen Leipzig. Ja, mal gucken, was wir da so machen können. Ja, Flanken-Challenge will ich nicht machen. Ist mir ein bisschen zu blöde. Wir wollen spielen. Ihr wollt auch das Spiel sehen. Und deswegen, möh, machen wir so. Gott, komm. Los, Gates gegen Leipzig. Ich würde mich halt freuen, wenn wir diese Saison besser anfangen würden als die letzte. Wir haben auf jeden Fall schon mal Anstoß. Können den Ball rollen lassen. Und versuchen, was zu machen. So, Johnny ist auch gut unterwegs. Er spritzt sich nach vorne. So. Ecke suchen. Oh, Maryless. Ah, shit. Zu sehr nach vorn orientiert. So, Leipzig will natürlich jetzt nach vorn. Will uns da ein Schnippchen schlagen. So, aber den fangen wir ab. Sauber. Johnny hat den. So. Schön zu go sind. Jameson ist auch wieder da. Muss nicht mehr national spielen. Äh, international spielen. Oder im Nationalteam spielen. Das ist das richtige Wort. Der hat uns ein bisschen in der, ja, Testphase ein bisschen gefehlt. Aber naja, kann man nichts machen. Auf so was muss man eigentlich klarkommen, wenn so ein Spieler fehlt. Aber es funktioniert halt auch nicht immer. So, immer noch 0-0. Leipzig. Jetzt noch nicht so gefährlich auf unser Tor unterwegs. Sucht sich aber jetzt auch die ein oder andere Lücke. Ah, Flanke kommt. Boah, und der ist direkt drin. Kaum gesagt, dass sie eigentlich gerade nicht so gefährlich sind. Machen sie uns das 1-0 rein. Aus dem Nichts. Muss man ja förmlich sagen. Aber eine wunderschöne Flanke haben sie da gemacht. So. Das ist natürlich blöd. So. Egal, da lassen wir uns nicht irritieren von. Wir versuchen natürlich, das zu machen. So. Perez. Bring eine verkorkste Flanke. Ah, Gosens kommt da nochmal hin. So, einfach mal abziehen. Mal ein Torwart prüfen. Kann man ja mal. So, Ballhammer. Oh, schön nach vorne. Gosens zu Jameson. Ah, shit. Zu aggressiv nach vorn. Oh, shit. Da grätsch ich vorbei. Das ist gar nicht gut. So, ran, Leute. Sauber. Schon mal abgeblockt. Ecke für Leipzig. Aber das können wir ab, hoffentlich. Das können wir hoffentlich ab. So, Hazel boxt den weg. Wirklich gut. Ja, Jameson kann sich da nicht durchsetzen. Bleibt aber gut dran am Feind. Leipzig sehr weit aufgerückt. Der Wahnsinn. Ah, schön dazwischen. Von Meriless. Auch schön ins Aus geklärt. Nicht unbedingt in die Ecke gehen lassen. Den Ball. Sauber. Oh, wunderschön. Ah, schade. Haben wir zu viel Tempo rausgenommen. Ah, und das wollte ich eigentlich nicht. Wollte ich noch einen Pass vorher spielen. Aber, hilft ja nicht. So, da kommen wir noch mal zwischen. Mensch. Aber mal, äh, Leipzig auch noch mal. So, gehen wir hier schon wieder wunderbar raus. Oh. Ei, ei, ei. Was ist hier nur los? Was wird gespielt? Fußball normalerweise. Oh. Gerade noch dazwischen. Gerade noch so. Ecke für den Gegner. Oh, kommt hier nah ran. Hesel muss den wegfausten. Da kam echt dreckig. So, Ecke noch mal. Die ist mal ein bisschen weiter rausgezogen. Den hat Hesel. Ah, kommen wir nicht ganz hin. Aha, Jameson läuft vorbei. So, komm schon. Gas geben. Druck machen. Sauber. Aber Berend gewinnt den Ball nicht richtig. Oh, shit. Boah, da ist Platz. Aber Hesel wirft sich auf diese Granate und entschärft diese. Ah, da kommt man nicht ganz hin mit Bacic. Das war echt Pech jetzt. So, hätte man den echt geil weiterleiten können. So, Bacic darf laufen. So ein bisschen spielt ihr zu Perez. No. Go, Gossens. Wo sind's? Bacic. Flanke kommt. Cemischen steht da. Faulspiel. Wo, was, wie? Vor wem? Okay, da draußen. So ungefähr rein. Putz! Drin ist er. 1-1 Ausgleich. Bären trifft per Kopf. Wunderschön. Schöne kurze Variante vom Freistoß. Hat mir gefallen. Oh. Hätte es natürlich nicht nachlassen. Nachlegen wäre cool. Aber Leipzig spielt sich hier nochmal genüsslich. Ja, da komme ich gerade nicht zwischen. Kommt schon, Leute. Beißen, beißen, beißen. Leipzig kann sich da extrem gut kombinieren. Gefällt mir nicht. So, dann geben sie ein bisschen weiter raus. Shit, da rutsche ich vom Stick. Wieder! Weil ich nicht dazwischen komme und die Grätsche nicht setzen will. 2-1, die Führung wieder für Leipzig. Kurz vor der Pause. Schön zu Budzic. Der zu Jameson. Jameson zieht ab. Schöner Schuss. Aber den hat der Keeper. Ballbesitz wieder für uns. Mal zurück hier. 2 Minuten Nachspielzeit werden signalisiert. Ah, komm, ey. Da kommt der Verteidiger noch hin. Blocken wir den Ball zu Budzic ab. Ich bin da. Ah ja, Halbzeit. Halbzeit. Mal gucken, ob wir was regeln können. In der zweiten. Jo, weiter geht's. Alter. Mein Headset, äh, oder meine Kopfhörer sind gerade mal so komisch. Da hab ich ein komisches Rauschen drauf. Aber egal. Oh, dranbleiben. Nicht den Leipzigern schon wieder zu viel Raum geben. Aber ich spiel mich hier gerade mal ein bisschen kirre. So, schöne Grätsche. Muss auch mal. So, Budzic. Krieg den. Aber kann hier. Alter. Und das wär kein Foul. Das ist schon hart an der Grenze gewesen. Wieder mal. Ah, ich mach die Lücke auf. Ich den Ball wieder nicht bekomme. Zu sicher die Leipziger auf den Ball. Oder in den Pässen. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Alter. Dann werd ich einfach nur niedergelaufen. Ist klar. Wenn ich sowas mach, ist es ein Foul. Oh. Passt. Oh, Jamison kriegt den. Oh, der kommt nicht durch zu Budzic. So, Pässe bringen wir wie 90% durch. Die Leipziger bei Weitem nicht so viel. Das würde mich jetzt wundern. Alter. Ja, würde ich auch sagen. Foulspiel. Irgendwann reicht's auch mal. So, Ball hier rüber. Zu Perez. Oh, schöne Kombination hier. Jamison am Ball kann nicht abziehen. Aber den können wir nochmal abfangen. Oh, komm. Außenpfosten. Mensch. Schade. So. Gutes darf kommen. Hemline kommt noch. Und für Budzic kommt noch Nöte. Dann hat sich das, glaube ich, relativ gut. Und dann gucken wir mal. Ob hier was geht. So, wohl eher nicht. Sauber. Oh, schöner Doppelpass. Jamison am Ball. Ah, verliert ihn. Da sind sie echt gut dazwischen gekommen. Was? Und ich mache ein Foulspiel. Ist klar. Ja, ja, ja. Komm. Gelbe Karte. Gib sie mir. Huhu. Da war klar. Hat er sich wieder weggedreht. So, ein bisschen offensiver stellen. Die ganze Geschichte. Muss ich einfach mal. Krieg den Ball da hinten nicht raus. Aber den habe ich. So, schön. Zu Hemline weitergeleitet. Ah, wieso will ich den querlegen? Wieso? Wieso? Dann mache ich das so banane. So, komm ran, Leute. Ball kommt schön runter. Ball kommt schön runter. Kein Ding. Jetzt muss aber das offensiver ein bisschen knacken hier. Boah. Dreh dich nicht um wie ein Stein. dranbleiben. Ja, vorbeigegrätscht. Hier nochmal. Mal. Was? Wieso fällt dir auf einmal um? Okay. Kurios. Ja, der ist drin. Es sind wieder die Momente, wo du denkst, so, okay, jetzt werde ich komplett verarscht. Ich durfte nicht mal das Foulspiel sehen. Ich habe es jetzt leider nicht mitbekommen. Kann gut sein, dass es ein Foulspiel war. Aber wenn, dann nicht mit Absicht von mir gemacht. Vor allem nicht mit diesem Spieler. Aber egal. Ganz ruhig. Spielen wir unseren Stiefel weiter. Noah. Wieso will ich da schon wieder in 16er kommen? So, und dann läuft der so weg. Das ist ja das Nächste. So, Jamison. So, raus damit. So, Flanke kommt. Ah, Pfosten. Schade. Boah, dann können die den nochmal abfangen. So, Flanke kommt. Oh, Torwart ist dran. Oh, dann kann ich nur so einen Schuss setzen, weil er mir da reingrätscht. So, sehr offensiv. Kommt schon. Afane über dem Flügel. Dreht sich gut. Ach komm, dann kommt er da hin. Kann ja nicht sein. Oh. Boah, und zum Nachschluss komme ich auch nicht mehr hin. So, Ecke. Auch Hesel steht hier. Hemmlein. Ja, der war schlecht. Na, komm schon. Jetzt zieht er gleich ab, oder? Ne, Hesel ist schon wieder auf dem Platz. Ja, jetzt kommt so ein Spielchen wieder. Kannst du mich kreuzweise? Oh, natürlich bunkert Leipzig hinten wie blöde gerade. Nicht nur gerade, eigentlich das ganze Spiel schon. Wow. Oh, Kopfballduell gewonnen. Ach, schade. Oh, verlieren wir das erste Spiel 3 zu 1. Richtig bitter. Ja, ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder dabei. Und bis dahin. Ciao.